neuer tag neuer booster folge 1387 hallo und herzlich willkommen vorletztes pack aus dem display so ihr bekommt natürlich erst einmal wieder die app karte hier den qr-code martin braithwaite aus dänemark antoin griezmann aus der france captain karte alvaro morata aus spanien dann haben wir sergey milinkovic savage als hero karte hier auch schön in holo serbien eine zenturion granit zaka aus der schweiz dann aus dänemark wieder eine legend signature style hier das ist auch mega brian lautrob sehr schön aus dänemark ja okay entschuldigung nedim bajrami albanien und roland salai als abschlusskarte hier aus ungarn ja huch bedanke ich mich bei euch wieder fürs zuschauen auf es hat euch gefallen und wenn ihr wollt dann sehen wir uns so Untertitelung des ZDF, 2020